Es ist Wahnsinn, live zu erleben, wie die auch abgehen, wenn man begrüßt oder applaudiert. Das ist echt Wahnsinn, das ist eine richtige Wand, das ist echt phänomenal, also unglaublich. Habe ich noch nie so etwas erlebt. Ja, auch für mich war das jetzt ganz was Besonderes. Ich war noch nie auf dem Rasen im Stadion, wenn hier die Masse da ist und die Spieler auf dem Platz laufen. Und dann die Stimmung, wenn hier die Spieler auf den Platz kommen, das ist genial. Also war schon ein Erlebnis jetzt. Jetzt wart ihr heute zu Gast beim BVB. Gab es auch die Gegeneinladung? Ja, die sollte auf jeden Fall noch kommen. Also wir sind ja heute noch zusammen in der Lounge und anschließend auch in der Videolounge. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal die Einladung dann aussprechen, dass die dann auch mal bei uns vielleicht ins Boot einsteigen. Zumindest ein paar davon.